Noch immer gab es keinen anständigen Kaffee heute und eine Pause ist nicht bezichtfähig. An Bord warten schon die nächsten Kreuzfahrer, die stehen noch mal am Land vor. An Bord warten schon die nächsten Kreuzfahrer, die stehen noch mal am Land vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Pastor ist beliebt am Bord. Seine Gottesdienste sind informativ und unterhaltsam. Der Pastor ist die nächste Kreuzfahrer. 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 Vielen Dank.